Ahoi Leute da sind wir wieder und wie hieß sie? Robin. Robin ist auch wieder da. Ja kurz oder lang wir brauchen Gold. Ja wer nicht. Das war voll. Schöne Schiete. Also auch schon wieder halb leer. Oh ganz genau. Aber wir können uns erstmal kurz essen machen. Guck mal her. Nummer eins. Zwei. Drei. Ah ne die kann ich nicht nehmen. Ein Brüner. Ne dich nicht. So. Oh ein paar Blasenfische bin jetzt auch nicht schlecht für Wasser. Eigentlich ne gute Gegend hier. Abbauen können wir eh noch nichts. So. Den. Pökeln wir mal. So. So gepökelt ist. Den machen wir auf Wasser. Und den marschieren wir auch los. So. Und dann kriegen wir noch ne Batterie. So. 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 Gut. Und los. So. dunkel. Dunkel. die Höhle. Achso. Das war die Höhle. Und irgendwo in dieser Höhlen wo es schön tief ist. Dann müssen wir wo was finden. Ja. Wetter spielt auch wieder verrückt. Hallo. Oder auch nicht. Das war's. Ich ohr. Hier ist es wohl nicht so. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Möchtung des ZDF, 2021 Das ist wieder nur so ein Ding. Wir waren auch noch ein bisschen weiter weg. Ah, hier. Oh, klar. Hm? Hm? Uh-huh. Noch mal ein 2 2 2 4 5 5 6 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 14 15 15 15 16 19 Ich kann dir besser helfen, wenn du dich zeigen kannst. Wenn wir uns zeigen können, wir werden nicht brauchen. Du meinst, dass du nicht eine physische Präsenz hast? Bist du einer von ihnen? Ein Architekt? Storage-medien, identifiziert. Wir werden uns verloren, bis wir einen neuen Host finden. Kannst du helfen? Kannst du meine PDA für Storage? Du bist nicht mit dem Gericht von der Falle. Deine Cybernetik-Kontämmungen sparen das Signal. Alterra? Nein, mein Werkzeug ist, äh, verwendet. Es wird zu tun. Okay. Gut, ich finde eine KI und einen PDA. Gut, komm. Eigentlich kennen wir den ja schon. Oh, Trio. Was soll das noch passieren? Ich dachte, die sind hier, was noch reparieren, die Dinger. Hä? Okay, die tun mir aber nichts. Oh, hallo. Ich weiß, wir haben eigentlich keinen Platz. Aber... Ich kann die nicht einfach liegen lassen. Jo, die Püppel. Guck mal. Hm. Hallo, Mike. Wie lange habt ihr hier gearbeitet? Bomber. Ja, ja. Es ist bei mir. Ja, ja. Es ist bei mir. Ja, okay. Hurry. Okay. Okay. Ah, schön drauf machen. Ja. Huh? Ähm. Oh. Oh. Super. Ja, super. Wir sind der Sprecher. Ich helfe mir bitte. Höh. und organische Komponenten was? echt jetzt? ja genau das ist die erklärung jetzt können wir scannen ja ganz schön oh Gott ja Würfe aus der Bauer Reservat während die fortgeschrittene menschliche Zivilisation seit Jahrhunderten versucht hat erfolgreiche Techniken zur Nachbildung des gesamten Gehirns zu entwickeln scheinen die im Bauer eine Plattform geschaffen zu haben um diesen heiligen Kral der Technologie zu verlängern des Lebens zu verwirklichen physikalisch scheint der Speichewirbel aus einer redundanten Anordnung von holografischen Quantenspeicherschichten zu bestehen die eine hyperdichte Kapazität von 35 Bit pro Elektronen unterstützen ok wir haben jetzt wir haben jetzt einen Erbrauer im Kopf warum nicht ok sonst haben wir hier nichts auch schön wie gehen wir jetzt hier die Brücke lang ok oh 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 ah oh 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 ich glaube das ist richtig gold zeug hmm oh da gibt es noch mehr du hast mir locker da oh ja komm scannen, tu mir das mal hier nichts cool batterie ich denke mal hier sind wir auch falsch uuuuuh diamanten warning, 30 seconds of oxygen remaining yo oxygen scheiße scheiße ok wir können nicht mehr so tief wir lassen die marine wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind uns nicht selbst als individuelles distinct warum kommst du mich von mir sagen du kannst du deinen coden zu meiner Spezies n bitte mich Al w 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 Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht solltest du auf die Konstruktion eines neuen Storch-Medien, die ich mit dem Transfer habe. Ja, gut, absolut. Wie können wir dich aus meiner頭? Ich habe die Infektion in deinem Datenbank gelegt. Du musst die notwendigen Komponenten finden. Any idea, wo ich sie finden kann? Es ist nicht klar. Ich habe mich aus meiner Netzwerke verletzt, dass ich so lange nicht die Körner haben kann. Okay, das müssen wir echt nur noch die Stelle wieder finden. Das wird aber witzig. Das ist eine Hilfe. Warnung. Passing 100 Meter. Oxygen efficiency decreased. Man, 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 man. Okay, hier sind wir auch falsch. Das kann echt noch die Höhe sein. Das kann echt noch die Höhe sein. Ja, schön. Ah, Moment mal. Hier haben wir das. Hier sind los. No, es? Aber wenn das hier in der Nähe war, wüsste auch hier irgendwo unser Lut sein. Und da haben wir aber schon wieder die Oberfläche. Ich bin aber eigentlich sicher, es wäre relativ gut. Auf so ein Ding drauf waren. Das heißt, die Chancen stehen also hoch, dass wir auf irgend so ein Ding unser Zeug finden. Ich will manchmal merken, so ein Boge waren. Das hört mich nicht an. Passing 100 Meter. Oxygen Efficiency Decreased. Nein, das war nicht mehr. Nein, da haben wir schon wieder aus. Nein, das war nicht mehr. Nein, das war nicht mehr. Nein, das war nicht mehr. Ich glaube, das wird nichts. Aber technisch ist es doch nicht so schlimm. Schade, es ist halt nur ein bisschen um die Diamanten. Nein, das war nicht mehr. Ja, das sind wir hier wieder. Aber theoretisch reichst du aus, wenn wir den Ort wieder finden. Guck mal her, hier. Dich brauche ich. Dich brauche ich. Dich brauche ich. Dich brauche ich? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin weg. Ist das nicht so lange? und dann sind wir hier dann wird das da nicht gesehen schwierig ganz toll ja ich würde sagen du bist geschissen blödes wir haben jetzt echt auch keine batterie mehr und ich habe jetzt keine lust uns mit batterie voll zu knallen ok jetzt haben wir noch unsere wirbel aber das war auch schon wieder umhals das war schon ja 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 Das ist ein bisschen. Hier ist es ein Ding. Warten 100 Meter. Oxygen efficiency decreased. New Blueprint Synthesized Warnung, 30 Seconds of Oxygen Remaining Ja Oh Warnung, 30 Seconds of Oxygen Remaining Heating pool Oxygen Da Oh no Komm bitte, komm schnell hoch Warnung, 30 Seconds of Oxygen Remaining Ein bisschen Geld, wenn wir gleich noch eine Pflanze Gut, das ist schon mal einer Scheiße Oh, bitte lass uns das Gold noch da lassen Bitte, 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 das eine Gold, alles andere kann weg, nur das Gold bitte lassen Oh, das war gar kein Gold Oh man Okay, noch ein Kerb Okay, noch ein Kerb Okay, also da unten haben wir Glück, da kriegen wir Gold Das ist ja schon mal Das ist ja schon mal Ah Nee, die Kimmel, die mobile Station Kimmel gebaut Okay Okay So, wir sehen noch wo das war Das ist wieder diese Höhle, oder? Ah, ja Verliert es mal doch rein Entferde? Entferde? Ja, nee, komm Die waren wir auch schon. Ah, die haben wir. Musik 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 Und dass es wieder diese eine Höhle ist, ne? Will ich zaubern? Okay, ist auf jeden Fall das falsche Biom Irgendwo haben wir noch so ein Ding Nja, obwohl eigentlich sind wir Ne, da waren wir immer relativ nah An diesem Tag Obwohl, am Land können wir auch mal gucken gehen, ne? Erstmal kurz wohnen Ich brauche echt das Zeug Ah Hmm. Mhm. Warning, passing 100m. Oxygen efficiency decreased. Mhm. Das sieht gut aus. Jawohl. Wollen wir hier lang? Da nicht. Aber auch interessant. Komm ja. Die rum muss noch mal kurz. Oh, komm ja. Komm ja. Die weg. Komm ja. Komm ja. Visst. Jawohl. Komm ja. Komm ja. Komm ja. Komm ja. Komm ja. 640 von dem. Und 133 von Notfall. Okay. So, jetzt können wir uns zwei. Ja. Zwei Dinger holen. Zwei Computerchips. Zwei Computerchips. Das heißt, wir haben es für unseren... zum Bauen. Und für unsere Fahrzeugstation. Aber ich bau es zuerst für eine Fahrzeugstation was. Und nicht, dass wir für die Seebahn auch noch einen Computerchips brauchen. Dann wäre ich richtig sauer. Boah, wäre ich sauer. Ski mal. Ja. Und dann ... Ja. Das ist richtig. Leck mich. Jawohl. Einen haben wir. Ja. Ja. Einer und halb haben wir. Einen. 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 Was soll ich noch Batterien brauchen? Wir können ja auch wieder nicht mehr auf einmal machen, schade. Oh, was fehlt uns noch? Oh, das haben wir. Voll geil. Oh, komm her. Sehr schön. So, das hier sollte tief genug sein. Hoffe ich. Okay, das war's. Oh. Okay. Oh, das wird das. Das kann aber dann ziemlich ein anderes Teil werden. Shit. Okay. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir das hinkriegen. So. Den gewinnen brauchen wir nicht. Nein. Das meinte ich. Wir brauchen halt dafür auch den Scheiß. Mann. Okay. Was soll's. So, Blei haben wir auch und Energiezelle, das haben wir auch. 1, 2, 3. Ah ja, klar. 2 drin. Scheiße. Oh, pass auf. Was soll's. Um. Oh, pass auf. Um. Oh, pass auf. Ich geh mal. Oh, pass auf. Ich komme. Das ist schon ein bisschen assi. Na bitte, da haben wir einen. Den haben wir auch. So, okay. Das Fahrtdinge gehen wir noch hin. Oh Gott. Ich habe mir einen Schrecken. Meine Güte. Was die Tischkörer denn so tief sind, finde ich auch ein bisschen blöd. Ansel? Das ist doch auch mal schön. Bin ich mal einer, der uns nach Russland geht. Das habe ich ein bisschen vermisst gehabt. Im zweiten Teil. Okay. Evaluierte ist Glas. Das ist hier ein bisschen anders. Okay. Aber brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir noch die Energiezelle. Okay, voila. Haben wir den da. Okay. Einer. Äh, da stehen uns doch zwei. Und dann noch einer. Äh, Daumen. Okay. So, bitte sei jetzt tief genug. Ja. Bam, motherfucker. Oh, fucker. Hm, hm. Ah. Das sieht aus wie ein Ozeansmart, ey. Okay. Okay, wahrscheinlich kann man es echt lang ziehen. Verweiterungsmodule. Oh. Das geht aber ganz schön hier. Okay. Steuerungsmäßig ist schon gut. 150 Meter, naja. Es geht. Das geht. Das geht. Ja, bis zu 140 können wir dann runter damit. Und jetzt können wir schwimmen und dann mal kurz wieder reintauchen. Viel Sauerstoff. Das passt. Oh, das ist aber wirklich schön, dass die uns hier alles anzeigen. Gut. Bei der nächsten Folge werden wir uns erstmal die Sachen hier anschauen. Ich glaube, da waren wir. Ne, warum nicht. Gucken wir uns erstmal das an und dann das da. Ne. Das machen wir in der nächsten Folge. Also Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Halt. Untertitelung des ZDF, 2020